Ich habe ihn auf dem Friedhof gesehen. Vielleicht ein französischer Freund von vor dem Krieg. Und Sie kannten Franz? Ja. Ich habe mir wohl geblieben. Komm, ich freue mich noch nie. Du bist jung und schwung. Was soll mir diese Chance nicht? Das sind die Schmerzen der Gare. Die Schmerzen ist Franz. Es wäre Franz wieder nach Hause. Aber er wird niemals von Ihnen sprechen. Was ist die von Ihnen? Liebe Anna, es muss ich Ihnen sagen. Es muss sich nicht stoppen, Franz! Was soll ich nicht bewirken? Was finden Sie für diese neuen Französer? Was ist das? Warum sind Sie hierher gekommen? Ich muss Ihnen alles sagen, meine Frau. Untertitelung des ZDF für funk, 2017